hi und willkommen mein name ist dann über lp und begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 remake und ja in als folge haben wir uns mit barrett und er ist noch behauptet gegen diesen ich weiß gar nicht mehr wie das ding heißt 100 schütze glaube ich irgendwie so weit in der art und wir sind erfolgreicher ist aus dem schindler gebäude geflohen aber da baut sich schon wieder neues auf und was das ist das sehen wir uns jetzt mal an also gucken wir mal übrigens im kapitel 18 wie gewärmen fehler zeugs das nicht kennen ist da können die jetzt eigentlich alle sehen oder was ist das ich glaube wir müssen uns ein neues haus suchen hat jetzt von geister befallen wovon reden sie also kann er sie nicht sehen jetzt sollten jetzt bedeuten wovon reden sie was denn aber er sieht nicht mal da draußen los ist oder es ist alles vorbereitet was sollen wir tun sie schnappen ein ganz klein wenig enttäuscht das ruf muss nicht mehr orange tat ok ja ich frage mich was passiert ist ich mich auch hoffentlich ist nichts zugestoßen ja aber das mit denen eigentlich passiert sollte die letzte szenen irgendwie andeuten da gestorben ist oder so haben wir ja jetzt beginnt die verfolgung sagt wie im original die musik ist auch die gleiche weit remix halt mal lass mich raten diese eine motorartype taucht auch noch auf ne da wäre ein bisschen sinnlos wenn der jetzt nicht noch mal hier auftauchen würde oh gott jetzt müsste man noch mal ganz nicht noch ein beschisseneres fluchtfahrzeug da wartet jetzt kommt das nicht hey aber dann sogar auf dich ja gut macht ja eigentlich sind der original haben sie einfach nur so darum gesetzen so ich kann auch so einfach stand distanz kampf deswegen also eine ich soll erwarten blocken ja nicht nur so heidi daytona so ist der motorrad weil ich habe ja ja auf dem weg ja 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 auf dem weg du hast aber deinen kollegen ab am besten das hat bald mal den ab ich bin gleich tote super bestimmt nicht so kurz sein mit gebiet was sagt na ich muss einfach nur okay das wird einfacher auszuweichen ich bin halb tot aber super einfach durch da übernehme ich habe auch den schraubstanz damit wir haben sie jetzt hier ab time aber ich muss ja auch von bern abhalten geil danke hier könnt ihr uns nicht verfolgen ah gott sei dank ich kann so weit kamera drehen noch mal her ja jetzt kannst du dich verzaubern oder so einsetzen sowohl ja denken wir auch noch lange seine folgte nicht auftaucht welcher ganz sicher auftauchen wird noch relativ schnell ich hier finde ich er hätte auch folgte aus naja na das ist den erreichen ja ja ich war ich sehr gut aus jetzt sind dingen mehr oder weniger ziel suchend reich ich komme nicht dagegen sehr gut ich musste sogar blocken damit hat angreifbar ist mein block mal meine angefragt leute euch gar keinen schaden okay noch besser er trotzdem noch irgendwie voll schnell hinter mir rennt obwohl ich den block und abbremsen sonne ich war gerade mal trifft attacke einsetzen jetzt direkt ich meine aber noch im leben ob es da war okay okay alles in ordnung okay danke red eine falle na ja der hubschrauber ist doch schnell wie wir dann wo seid ihr das ist vielleicht gegenseitig am besten ich habe ja vielmehr aus wir haben jetzt getroffen ja nein voll getroffen wurde erwähnt nein du gehst weg du gehst weg ja 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 dann soll ich mal den umschrauber da kaputt machen barrett sagt ja nur machen wir die bewegung so sehen ja nicht mehr ein triff danke dass wir so ein wirbel angriff finde ich aber okay ja denn da soll ich schon fertig gemacht bei auch voll getroffen dabei will noch mal schnuppern ja ich habe mich wieder mit den strecken jahr ab time man welche straße gerade vorbeifährt oder so jetzt hier soll leben auftauchen von diesen dingern macht irgendwie gar keinen sinn aber dankeschön red sondern das schicksal dieser welt ja jetzt mal ehrlich auch natürlich kann mir mal genau vor ja gut da ist ja sind wir gleich fertig glaube ich alles cool kamera fahrt ja schon episch waren in diesem spiel passiert mal zugeben es wird schon einige krasse sachen ja nach haben jetzt schaffe ich zu erlegen ohne oder macht aber schaden erlass mal lieber das ist das ich merke er hat so einen schockbalken so hat sich umgedreht abwärts kann ich auch ich ganz vergessen schock aber ich muss den ganzen kampf so machen naja beinahe 300 erreicht das hat er nix an schaden gemacht das schaffe und er hat nicht alle räder wieder blieb glaube ich da ich auf den getroffen glaube ich naja hat er hat noch so viel ab ja geblieben weil du kannst mich nicht noch zufällig noch mal heilen ja und sind alle kaputt das hat er umgeregt noch mehr und ein rad noch schock 300 prozent von der welt den schock sogar weiß ja nicht ob ich dadurch jetzt mehr schaden machen oder so aber ich glaube nämlich nicht genauso viel schaden gemacht nachher ja ich glaube ich habe marie da kommt mitgemacht schocker zeigt sich erhöht ich bin übrigens leicht tot sehe ich gerade aua doch glaube ich nicht wir sollten den seine angriff für die ganze zeit ausweichen auch hier so vielleicht eine idee ja abbrechen ist vielleicht eine gute idee ja ich habe jetzt noch schafften ne das war dann bereich dann versuchen wir besoffen auf ok ja ja man kann schauen gerade wo ich den kampf erst raus hatte aber auch meine dritte tag ist nicht fertig es ist einfach nur immer die seite wechseln und bremsen bremsen blöb auf einer seite ja da sind wir seit schon mal kaputt na da trifft mich ja nicht jetzt das kommt aus ich komme eigentlich fast man kann warum nicht so weit weg von dem aber das war mit dem film er schaden gemacht okay jetzt weil wo ich weiß wieder funktioniert ich kann nicht alle auf einmal die beiden oder vor gott lasst mich darunter nein dass mich auf der linken seite was habt ihr auch gar nicht eingesetzt immer trifft attacke eingesetzt aber irgendwie habe ich nicht gesehen das ding naja perfekt ja dem angefangen hat nicht gesehen wenn ich schwöre ich mache so wenig schaden weil es der kampf viel einfacher wir haben uns jetzt warten bis der fertig ist mit diesen angriffen oder muss ja einholen ich glaube schon zweiteres na ja 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 nein und ich diesen angriff schon vorher machen als er mit jesse hier gegen gefahren bin nein kommt kommt aber mein gott ich habe den doch fast war noch mal schneller danke lust hat ich verstehe nicht wie hat gab es hier funktioniert manchmal wenn ich schneller manchmal nicht so noch einmal halt dann müsste weg naja ein boss in einem part hier ja oder habe ich keinen von dem kaputt gauern dieses mal auch ich bin wieder leicht tot ich muss noch einmal da wäre du kriegst mich jetzt wieder kaputte und er hat mich ja noch kaputt pass auf du bist da wohl nicht die seger gleich ja 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 komm ja ja nein nein zurück 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 jetzt kommen wir her jetzt habe ich dich so bist du dran komm her und tschüss ja alter geht immer noch weiter so und da in der straße und da hat man normalerweise gegen hat den gekämpft im original nee ja oh Nhü ja n ja ich kann echt jetzt hier nochmal speichern cool dann möchte ich auch mal glatt den kauf nehmen weil nicht eine pause ich habe jetzt so weiß ich nicht ein zwei drei vier fünf parts aufgenommen da ist jetzt der sechse und ich wollte eigentlich nicht so viel aufnehmen als ich muss noch so kurz vorm finale wahrscheinlich einen ja eine pause machen und dann war ich dann wahrscheinlich am nächsten tag oder so weiter ich weiß noch nicht wie ich das mache aber ja gut ich nehme jetzt die chance war einfach mal zu speichern und ja den sinne sei dankeschön für zuschauen es war ein bisschen kürzer der part aber was soll es ich hoffe ich habe gefallen wenn ihr einst lasst ob ihr dann lag ein aber in kommentars würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss